Musik Na los, schieß doch! Trefft einen Kanister und ihr fahrt zur Hölle! Nehmen Sie die Waffe runter! Sie sollen die Waffe runternehmen, bitte! Reißen Sie sich zusammen und gehen Sie an die Arbeit! Wir sprengen hier alles! Die haben noch ein Lager, 40 Kilometer von mir! Ich brauche Zeit für die Analyse! Die Analyse! Also weiß niemand, was wir ausgelöst haben! Deswegen sind wir hier, damit Sie es herausfinden können! Aber die Proben sind alle zerstört! Nicht ganz! Sie haben einen der Behälter zurückgehalten? Für Ihre eigenen Biowaffen, ja? Waffen, um uns zu verteidigen! Wir können später über die moralische Rolle des Militärs reden, aber nur, wenn wir dann noch leben! Was wir nicht tun werden, wenn Sie Gott spielen wollen mit Bazillen, die alles Leben vernichten können! Die Uhr läuft! Besser Sie fangen an! Gut! Aber ich hoffe, Ihr Labor ist sicherer als Ihre aufprallsicheren Kanister! Öffnen! Wie schlimm ist es? Schlimm ist doch untertrieben! Wir besprechen das unterwegs! Wo geht's hin? Washington! Das Flugzeug des Präsidenten wartet! Ich hab gehört, Maxim kommt heute! Ja, Bess hat es arrangiert! Hältst Du das für gut? Du weißt, durch das Herumreisen erhöht sich ihr Infektionsrisiko! Das Virus ist mittlerweile überall! Da, wo sie jetzt ist, ist sie auch nicht besser geschützt als unterwegs! Sie braucht mich und ich brauche sie genauso! Was ist mit dem Licht? Die haben die Notstromaggregate angeschaltet! Der Strom ist wahrscheinlich ausgefallen! Weißt Du, wie lange das Notstromsystem durchhält? Keine Ahnung! Böser kleiner Mistkerl! Ähm, ich bin völlig fertig! Ich glaube, ich kann gar nicht mehr klar denken! Ja, am besten wir machen eine Pause! Gleich wird ja auch Max kommen! Was passiert da drin? Ich werde mal nachsehen! Vorsichtig! Dread, fassen Sie nichts an! Hört mir! Lasst mich raus! Das geht nicht, sonst wird der ganze Bereich verseucht! Aber wir können ihn nicht da drin, Lars! Geht nicht, wir haben keine Fahrt! Der Sturm ist ausgefallen! Jetzt ist sowieso alles vorbei! Wir haben verloren! Sogar die Lüftung ist ausgefallen! Ich lasse alles absparen! Oh, Gott!